Am 31. Oktober 1517 soll Martin Luther der Überlieferung nach seine 95 Thesen an die Tür der Wittenberger Schlosskirche geschlagen haben. Damit zog der Theologe unter anderem gegen den Ablasshandel der katholischen Kirche zu Felde. Denn damals hatte der Klerus den Gläubigen sogenannte Ablassbriefe verkauft, mit dem Versprechen, dass sie sich damit von ihren Sünden befreien könnten, für den Papst eine gute Einnahmequelle. Der Thesenanschlag gilt als Ausgangspunkt der weltweiten Reformation, die die Spaltung in evangelische und katholische Kirche zur Folge hatte. Neben der französischen Revolution und der Renaissance gehört die Reformation zu den wichtigsten politischen und geistesgeschichtlichen Bewegungen Europas. Sie beendete die Vorherrschaft des Papstes und markierte den Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit.